ja wir kommen hier zu einem let's play von dem im mädchen c4 in der deluxe edition und wir spielen heute hier den multiplayer endlos und ich habe auch den nick und dem maurice heute mitgebracht so der maurice und ich werden die feuerwehr und den rtw übernehmen und der nick wird wie gesagt das ganze polizei und thw unter seine hände nehmen jetzt warten wir wieder auf andere spieler wer hängt er wieder da in der leitung die mit der bambusleitung kann ja nur wieder nichts sein so dann geht das ja hier schon mal gut los das war noch eine steuerung hier alle voll ungewohnt meine tastatur erstmal um beleuchten sich besser was so einfach behandeln und abtransportieren so einmal bitte weitermachen danke so die pfeiltasten brauche ich nur so also dann ich fahren norden achja macht das süd ist ja meins hat jeder von uns einen rüstwagen zu stehen aber den rtw mache ich jetzt da oben und danach kannst du deine einsatzstellen da oben machen ja also jeder irgendwie ein rtw und dann noch eine nef station da müsste das reichen ja ja ich kann auch schon polizei und thw über so ein bisschen auf der kartenfall teil soll ich dir zum schlaganfall noch notarzt schicken ach nö gerade so heil angekommen sag nicht du hast dir den drehleiter gekauft na klar und wie das denn ja einen ganzen löschtzug fahrzeug steht zur verfügung fahrzeug 8 führt 4 2 ja fängt ja schon gut an alter ja brauchst du unterstützung ah das krieg ich schon hin hier Ich schieb mal weiter, damit er auch Fahrzeuger gucken kann Ja, ja, kein Stress Fahrzeug 1 höher Okay Fahrzeug 1 höher Fahrzeug 1 höher Fahrzeug 1 höher Ja Wir haben keine Handelschaft, sollen wir euch noch eins kaufen? Äh Ja, mache ich gleich sonst, weil ich habe jetzt gerade einen Luftpanzer geholt Falls oben nicht ABC-Alarm bei dir oben ist So, RTW ist auch fertig Wir können schon mal überall RTWs verteilen und so ein Kram Jeder zwei RTWs und so ein Kram Wenn du willst, kannst du auch mit runterkommen Jetzt wird es nämlich gefährlich hier Ja, ich komme runter Ja, ich komme runter Okay, gut Also, ich komme runter Oh, ja, ich komme runter Ich komme runter Und so ein Kram Ja, ich komme runter Ich komme runter Das Feuer breitet sich schon mal nicht aus, das ist schon mal gut. Alter, ich brauch jetzt keine Auszeichnung, sondern... So, Schlauchlein holen, Gegnerlein. So, alle hier Schläuche ran und ab geht's. So, da hat nichts zu tun, halb daran. Da noch nix dran. Alter, eine Auszeichnung machen wir mal da hier. So, du hast ja schon den AWC da oben geholt, das ist gut. So, du hast ja schon den AWC da oben geholt, das ist gut. Alter, schon wieder eine Auszeichnung. Hier ist aber los. Ja. Ja. Ja, die Jungs haben da unten nix zu tun gerade. Oder doch? Hier holen wir noch mal. Wir gehen. Hier sind die Jungs. Die Jungs sind die Jungs. Schlauch am Tag. Oh, der ist schon mal. So, schlauch. Ich weiß nicht. Wir schlauch. Oh, der ist auch mal die Jungs. Oh, der ist schon noch. Das ist schon mal. So, der kann schon mal wieder abbauen. So, Nick, dein Einsatz. Oh, vier Stück da oben. Können wir gleich RTW hinschicken. Also jetzt schon. Ich brauche schon mal RTW. Ja, wir sind schon auf Weg. Ja, ich stehe vorhin in Bereitschaft. Wenn da alles geklärt ist, komme ich ran. So, Feuer aus. Ja, wir sollten den Schlauch abkoppeln. So, danke schön, Maurice, für deine Hilfe. Kein Problem. Ähm, Maurice, wenn nachher nochmal so Gewaltverbrechen oder so ein Kram ist, und da liegen oder Verkehrsunfall acht Leute, dann bestellen wir Rettungsverein immer ohne Notarzt, ne? Nur den Typ mit der Trage. Ja, ich kann ja den Notarzt, kann ich ja Ausstiegen irgendwo hinstellen lassen. Der muss ja dann nicht mit reinfahren. Der muss ja dann nicht mit reinfahren. Nimmst du mal bitte deine Rettungssanitäter da bitte weg? Sind weg. Danke. Dann lass ich meine Notärzte stehen. Ne, die kannst du jetzt weg. Ich hab ja selbst komplett da. Ne, ich mein, dass wir die irgendwo stehen lassen, und dass wir die nicht nochmal mitkaufen müssen. Ne. Ne, bei größeren Einsätzen. So bei den kleinen geht das. Alles klar. Dann lass ich genau mal. So, Nick. Kannst abdrücken. Ja. Ja. amokläufer im einsatzgebiet festnehmen amokläufer nick kannst gleich wieder und kümmern sie sich um alle opfer schon wieder bei dir was ist denn da los dann ja der löscht verzei ist auch schon da ich weiß gar nicht was du hast ich schicken na toll was denn ich fahre hier unten zu dem feuer und zum amok lauf ja ja macht das nick dein streifenwagen brennt ja der nick hallo die salle sich da reinfahren man schöner container aber einfach ja alle leute fahren wir aber zu dicht auf dann in den app ist auch in flammen aufgehangen von dieser ist deiner ja nick du musst ihn darauf festnehmen mit einer netten polize du bist auch angeschossen hast du ja sieht man jetzt bist du tot hallo fahr den aussteigen nick polizei steig aus da hallo zu sehen nick du bist gleich da und da oben ja nix ohr schnell festnehmen den typen das auto geht hoch nimmt die person da weg in die person da weg alle markieren weg da nicht reinlaufen nachdem aber ich sehe schon wieder tote und mission gescheitert ja du kannst einen neuen streich nick du kannst auch mal starke polizisten reinnehmen nicht immer nur die blicken ach ja soll ich einen großraum rtw bestellen hier unten hin ich habe hier vier verletzte kannst auch vier rtw sind schicken dann machen wir das so wie nick hat das spiel verlassen ja damit haben wir auch den ersten teil hinter uns und dann sagen wir mal bis zum nächsten mal ja